Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Spiel bei unseren Minecraft Minigames. Let's play Minecraft Minigames und zwar den Partygames. Das ist nur eine Reihe von mehreren Spielen. Ich habe die gerade das erste Mal gespielt, müsst ihr bedenken. Das heißt, ich bin eigentlich voll der Kack-Noob hier drin. Wisst ihr, weiß man ja. Und ja, würde ich sagen, machen wir was. Aber ich glaube, jetzt nachdem ich weiß, bei den Spielen, was man machen muss, könnte es vielleicht besser sein. So, aha, andere Reihenfolge. Hier ist also so ein Trampolin. Hier müssen wir Münzen sammeln, 40 Stück. Und die weißen Felder, da springt man höher. Oh, 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 oh. Ah, ganz gut. Oh, ah, ah. Nein. Nein, 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 nein. Die Wünsche, ja, danke. Oh, na, da hatte ich fast viele bekommen. Boah, jetzt komme ich nicht ins Einwitz. Das kann es doch nicht sein. Ich will die Gelbe. Ich will die Gelbe. Das war auf Ani klar, dass ich die Gelbe haben wollte. Uh. Uh, nein. Hätte ich den bekommen, hätte ich jetzt gesagt, ich hätte einen Lauf gehabt, aber... Oh, ich weiß noch nicht, wie man an diese Roten dran kommt. Wahrscheinlich muss man da springen. Ah, das geht nicht. Oh, ich bin Dritter geworden. Hey. So, und das ist auch gut. Hier müssen wir nämlich die blauen Blocks... Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Hier müssen wir die blauen Blöcke abschießen, um unser Minecart zu bewegen. Also, schneller zu bewegen. Oder Punkte zu sammeln, wie auch immer man das nennen will. Man sollte nicht, wie ich, möglichst feindlicher abschießen. Nein. Ich dachte nämlich erst, je schneller man schießt... Kacke. Je schneller man schießt, desto... Mehr... Gute sammelt man. Aber... Ah, ist doch kacke. So. Ah. Ich bin viel zu schnell. Aber in dem Spiel bin ich trotzdem nicht gut. Nein. 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 Ja, scheiße. Na ja, ich bin nicht letzter gewesen. Ich hab einen Stern. Was ist das? Claim is better order. Das habe ich so gar nicht verstanden. Nein, da habe ich es aber irgendwann herausgefunden. Das geht. Blaue Wolle. Wo ist blaue? Ne? Das ist dieses typische... Man muss, äh... möglichst viel haben. Aber mit Domino-System. Das heißt, äh... Ich muss mir Felder sichern quasi. So, jetzt müsste ich das ganze Feld für mich haben. Hier, was hier ist. Wenn ich es richtig verstehe. Wenn ich das in 34 Sekunden hauen kann. Natürlich nur. Es dürfte auch nicht wenig sein, was ich hier habe. Das ist auf jeden Fall sicher meins. Ich dachte, ich hätte mich ja selber nicht damit links gehen. Und dachte, ich habe mir zwei Felder. Wisst du? Das ist natürlich nicht so der Brüller. Äh, Brüller. Zwei Felder zu haben. Wohl ich bin jetzt auch nicht wenig. Na, ich bin dritter geworden. Immerhin. Immerhin. Was ist das? Animal Slaughter. Ja, da war ich ganz gut. Ich glaube, da hatte ich sogar das letzte Mal den ersten Platz. Man muss ja für Tiere töten. Besonders am Anfang war ich ganz gut. Äh... So, hier. Yna. Yna. Oh Gott, es gibt auch Minuspunkte. Oh Gott. Und Schweine. Schweine. Nein, Minuspunkt. Hm. Oh, Schweine. Schweine. Oh, Kuh ist schwer, aber... Oh, ich habe die Kuh bekommen, oder? Nein, Minuspunkt. Nein. Jetzt lecke ich. Nein. Nein. Ich darf nicht lecken. Nein. Leck doch nicht. Nein. Nein. Ah, es ist unglaublich. Ach, komm schon. Kacke, was habe ich denn für eine Verbindung? Wieso habe ich denn vier Striche und ich lecke so brutal? Ah, es ist unglaublich. Äh ne, so kann ich natürlich nicht gewinnen, das ist klar. Hühner, 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 Hühner. Da Kacke, Mann. Meine Fresse, das sind mich gerade aufgeregt. Nur durch das Längen habe ich zu wenig Punkte gemacht. Das ist auch lustig. Dann, wir gehen hier lang und dann ist unter uns Lava. Und wir, ne, machen so Spuren, wie man sieht. Dann brennt sich da Löcher ein, bis man halt irgendwann und ich weiß gar nicht, wie gut und lange ich da war. Ich glaube, ich war aber sehr lange am Leben. Meine ich. Oh, 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 oh. Man kann zurückspringen. Nein. Kacke. Was? Oh Gott, ne, das kann ich nicht. Da kann ich jetzt schon, da habe ich, ne, keine Chance. Ich kann nicht angeln in MyQuartz. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, Schwein. Muss es sein? Ähm. Nein. Das ist mein Schwein. Dann nehme ich mir halt ein neues, oder? Hallo? Ja. So. Nein. Ja. Weil die fliegen, gehen wir nie bei mir ins Loch rein. Das war G-Set. Das ist doch Kacke. Du kriegst doch Kotzen. Wenn das nicht so funktioniert. Ja. Geh doch in mein scheiß Loch rein. Mensch. So macht das auch keinen Spaß. Den einzigen Punkt, den ich in der letzten Runde hatte, war, weil irgendein anderer das anscheinend gemacht hat. Ach, gucke. Ja, klar. Du bist auf dem Rand und gehst runter. Was ist denn das? Ja, nie. Das willst du mich verarschen? Oh ne, das macht so keinen Spaß. Weil die sind hier alle auf dem Rand, ne? Was ist denn du? Ja, hey, hey. Punkt. Boah. Ich bin toll. Das ist ja wunderbar. Da freue ich mich ja. Übertreibe ich ja fast mit Punkten. Jaaaah. Ach, das ist doch Kacke. Was ihr seht? Ah, ja. Hier spawnen gleich ganz viele Fledermäuse. Und, äh, wir müssen hier halt schlagen. Ne? Und das ist eben, ihr kennt die Fledermäuse aus Minecraft. Die sind jetzt nicht so ganz leicht zu töten. Schön. Ach, komm schon. Zwei, drei Punkte, ey. Was? Man kann auch irgendwie Doppelspring machen. Aha. Wenn die sich da verfangen, ist das immer schön. Aber ich habe meinen Vorteil durch. Ja, dann trifft die doch auch, wie nix ist, wie es daran war. Jaaaah. 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 Das ist das Bonus, den habe ich ja auch versucht zu bekommen. Jaaaah. Fahr hier vorbei, Bagger. Ah, es ist wunderbar. Wunderbar. Naaaah. Das kriege ich. So, wie viele? Oh Gott. Jaaaah. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin erst da. Uhuhu. Uhuhu. Aber ich bin insgesamt nicht erst da. Was? Oh Gott. Oh Gott. Das Bootsrennen. Ja. Ne? Das Bootsrennen. Muss ich nix zu sagen. Das ist extrem schwer, fand ich. Oh Gott. Oh Gott. Die Dinger bewegen sich, ja? Also diese Holzteile. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, mach die Kurve! Nein! Oh Gott, komm ich da durch, komm ich da durch, komm ich da durch? Ja, sieh! Was? Äh, jetzt schon welche da? Was? Boah, was? Es war so vor der Schnee bei Getting Under, ja. Das, das hab ich auch erst nicht verstanden, aber dann, war das ja ganz klar. So, wir haben jetzt Zeit und dann, ne? Kommt ihr runter und die Frames droppen. So wie so ein paar Drops. Die Zeit wird natürlich immer weniger. So, wo? Aha, hier. Ich glaube, hier wird was sein. Hey! Okay, okay. Gucken, gucken. Ja, verschwern mir nicht den Weg. Ich hoffe, dass ich bin drunter. Meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Fünf Sekunden, das kommen mir jetzt schon so wenig vor. Ja, perfekt. Also auch ein bisschen Glücksspiel hier, aber... Drei Sekunden. Da seh ich doch was. Die Köpfe sind das Schlimmste, ne? Haben wir, haben wir. Oh Gott, oh Gott. Nein! Ah, ich bin dritter geworden. Immerhin, aber das war echt schwer. Puh. Was haben wir jetzt? Achso. Wir haben das Ganze durch. Wie viele Sterne hatte ich? Haben wir sechs, glaube ich, ne? Ja, ist ganz okay. Würde ich sagen, machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.